direkt da rein wenn du dich da ich weiß ja ich habe mich verzahnt ich dachte ich bin vor dem dann schon nicht direkt in dem drin ich stehe vor und wir sind beide bereit ich habe ja nicht mal irgendwelche geschwindigkeit warte wie sich die leute angreifen da war ich schneller jetzt können wir beide merken also das meintes mit klingkreuze also ein basisangriff ich würde annehmen wahrscheinlich auf magie willenskraftwerke sich intelligent das nicht unbedingt der ich habe auch die knochensplitter sind die ganze zeit nicht als magie sondern als noch ein physischer an da war auch die ob du dafür physischen auf der stärke brauche da wird ja wohl wahrscheinlich stehen ob was für einen wert irgendwie ja schaden macht oder so mit was für einen wert zu schaden mache ich will jetzt mal annehmen so irgendwie so ein magieschutz oder was auch immer so hat jetzt nicht gerade irgendwie auf stärke basieren würde da habe ich bin eine säule ein baum stammt aber weil jetzt ist der feuerball auf seinem bauch das ist doch verrückt da muss ich mal aufhalten ausrechnen ich bin auch nicht bereit das ist eine massive sensor das hören frauen das hören gerne der höchste fälle von gegner weg gepustet mein besen angriff ja aber so eine welle aus der wegen nach löfer rache da müssen wir mal langsam mal haben zum weg ich entferne den staub und der weg ist entfernt euer leben ja genau ja die wenn sie kann wie wenn gegner weniger als fünf prozent leben hat die instant empfehlen weniger als fünf prozent ja das ist nicht ich muss warten das funktioniert auch nicht bei botten leider ja wenn wir zu schön gewesen in der beschreibung das funktioniert nicht bei botten plus von stärker ja ab ich kann ja richtiger zeitpunkt ich stehe stehen mit meiner sende nicht weit schwein des schutzes ihr seid von farb und war da wie groß ist wo ich muss ich muss ich hatte meine barriere vor der tür die licht wach ich muss ich habe schon wieder weg schleichender charme habe ich als spiel bestimmt tausend schlangen oder irgendwie dort kann das und schlangen gemolge ich bin einfach noch schwierig ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit blutrot fest dann von bei dann eben ja was geht was ist denn hier los da schon wieder im meeresgüttchen wir haben schon heute genug gottsdästung gemacht ich bin noch nicht bereit wahrscheinlich der richtige weg da normalerweise ist man ja mal über machen noch ich bin noch nicht bereit ok ok abscheuliche kammer ich habe das gefühl du willst es einfach nicht das ist einfach nicht kapieren unbedingt ein höherer level die dinge reingehen habe ich auch gefühlt ich bin zu stark bei dir dann wegen der zauberstab noch eine blöde durch den dafür ausschmeißen die verteidigen so nix davon doch die schuhe waren besser schuhe sind sogar besser verdammt ist da der packen des werbeln werbe winzig gegner in regelmäßigen abständen zu euch aber ich habe nicht wäre das hat mehr rüstung aber hat so bei einer anderen schuhe geben alle werte plus 30 und sollten das umrüsten müssen wir jetzt so lange albtraum sieger machen bis wir irgendwie level 100 erreichen da geht ja immer nur ein level höher da dauert er ewig das ist das leben habe ich eine herstellen kann die irgendwie weil nicht eine level 100 dann bitte ja süß sauer kann ich überhaupt machen so ahnen ich könnte level 10 stufe 6 bis 10 ach so das kann eine von stufe 6 bis 10 herstellen ok derzeit von der level 11 bis 15 soll ich 6 bis 10 machen hier tasten wir uns nah ran ist natürlich ein level 6 natürlich ein bisschen doof und ich muss einfach nur dieses pulver aktivieren als war da habe ich eine rarität erwischt ja stufe 7 die recht wacht ja mal schon ich habe noch eine ich habe schon eine neue seine stufe 10 zerstört bei werken skos glän lasse ich mal kurz suchen bauwerk komische von der level 10 schaffen ich suche ich habe sogar eine ich glaube sieben habe ich naja wir machen die auf level 10 weil wir voll stark sind wir laufen voll durch den park ich möchte jetzt finden würde haben wir die schon freigeschaltet zerstört bei werken da war noch nicht gemacht dann machen wir die mal zählen wird schon klappen erstellen ja warum wenn ihr wie auseinander nimmst dann bekommst du so staub und staub konzern benutzen um so auszuwählen vom bad für den level hat wenn du bei heilig gs stufe 6 bis 10 ich habe jetzt 16 bis 20 jagen stufe 18 ist das okay da kommen wir erstmal bei level 10 das standhafte kaserne die haben wir ja schon ja ich habe erstmal diese gemacht gucken wir erstmal bei das schaffen ich schaffe alles was ich mir in den weg stellt genau der stadt bäuerwerk ja die fünf prozent schadensreduktion für ihr leben die euch fehlen oder ein stützpunkt wenn wir den berg der karte ja guck ich meine schwerte an was nicht im ladebildschirm ja eigentlich schon bei mir ja ja wir sind direkt herein teleportiert so mal gucken wie das hier abläuft die bücherregale haben schon mal keine chance da an der stelle nicht so ein das wird doch easy wir sind alle 64 da würde meine tentakel die gegend geflogen ich die gegend geflogen wenn ich bereit für meinen besen naja was geht leute ok da wird sehen die da noch bis jetzt jener gegner scheine jedenfalls noch schaden zu nehmen problematisch wenn wir die pencher nehmen würden und dem dingen ich bin noch nicht mein gott ich habe die tür geöffnet der netter gar nicht gesehen ich weiß nicht warum ich immer noch durchpresche und schon auf dich zu warten ich will von der situation übermannt ja ich glaube wir haben relativ gute chancen mit diesen level 18 dann matura das ja 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 wundervolle arbeit geleistet irgendwie scheint das hier gar kein thema zu haben irgendwie der dungeon doch ich meine also ich muss noch eine bitte des hausherrn an euch her das hier keine fleisch gewünschte auftauchen oder sowas disobedient ja und mit gold neu und dort die 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 er hat was angefasst hat dann lieber nicht antworten doch der tag ist nicht mehr weint denkt an das festwahl das wir haben werden wenn die jagd vorüber ist malo verwalter bastion von eltern ja das gute ist wir kriegen jetzt wieder halbtraum siegel noch höheren level aber da kommt ein ziel mensch ding dong vor dem problem verschlossen wenn er übersehen ich habe gesagt ich habe einen schlüssel aufgehoben also ich bin war ich weiß nicht wie man so moderne erfindung hier benutzt wie türen ganz schön als die ritter sich noch mit der beste ich habe lieber eine loch in die wand mein gott ist es schon gestorben eine zweite große sobald wir da sind mit sicherheit entweist war man die ersten album dann ist lieber gemacht haben so schwierig und die sind jetzt hier schon wieder vollständig aber der will einst am schiff aber wenn man mit axt übergezogen zwei länder noch stärker wenn ich meinen den punkt habe nach zwei level weiß ja okay Ja, das kann doch dauern, bis wir dann legen, der Steukel ist noch ein. Ich tu das Haus, dann brauchen wir ja schon wieder nicht mehr, dann sind wir nämlich nur noch zwei. Oh, Level 62. Ah. So, hier schon wieder eine Tür. Also dafür auch einen Schlüssel, der Herr auch dafür einen Schlüssel. nein ich muss man da ich gleich von hinten an aber ein bisschen weiter an den tentakeln jetzt wenn die gegner davon getroffen werden für drei sekunden verbund war in den 20 prozent mehr schaden aber dann hat er habe so eine passiere ich mache mal verwunden mehr schaden als nur für drei sekunden vorher hatte ich ja dass die tentakeln blutkugeln hat werden können aber darauf bestehen werden wir mal nehmen die mal lieber mehr schaden ich gehe durch doch noch gott oh immer schnell immer schnell immer schnell und ich brenne nur als liebe geister leichen wir suchen wissen sammeln also gegner töten ich habe mich auch mal kontinuierend gemacht wenn er zusammengekehrt ich liebe es wieder so eine legendäre axt lagen hieß einfach noch angst natürlich ist ein bisschen zu was du ziehst du zusammen und ich setze ein angriff da rein irgendwann ja wir haben gar keine shop ist jetzt nicht so eine komplizierte kommen ja ja aber nicht gesagt wird die kompliziert ist meistens sind die limpelsten sachen am besten da ich kann auch gar nichts machen die gegner sind die von meinen getragen getroffen werden das ist ja der sinn ja dann hier würde da holen die tentakel schaffen dann haben wir den noch fertig ich glaube ja auch die ganze zeit nur stehen ich glaube ja auch die ganze zeit nur stehen okay jetzt nämlich ein bisschen schade so eine kurze ich muss machen der oberkann schon nicht mehr und da ist direkt gg eine glück natürlich in der kopfschuess der ja nach sechs auf dem wechseln okay das gehen wir als 26 punkte okay mein geholl wird immer größer so so hat es gesagt was in der 18 ja mal rein da auch wenn wir das schon haben egal stand auf der karen ok man sieht man schon direkt aber ich habe auch da bestätigung dann werden wir sofort du hast wahrscheinlich noch nie gemacht du klonen und genau deshalb hat sich das mal nicht weil ich halt nicht so viel aufheben mir wenn event ein bisschen voll 1 nicht wir sind nicht mehr wir sind gar nicht hier jetzt hat das städte wahlwerk da sind wir gerade rausgekommen ja wenn ich direkt von dem ding habe ich auch nicht gesagt dass du mal gerade gesagt ja wenn gibt es keine beweise ich bin noch nicht bereit was ein neues herstellen machen wir so was ich damit ich habe den finalen dungeon von diesen schwierigkeitsgehalt gefunden was habt ihr noch ok ich habe den finalen dungeon gefunden ja ich nehme es ja ja es wird für 70 wir schaffen aber bestimmt auch ich bin noch ja ja ich suchte jetzt werden wollten dann muss ich auch nicht hier glaube ich wahrscheinlich nicht angezeigt weil wir den schon gemacht haben ja wie ist der lichtkaserne das war einer ersten jahr gemacht haben oder wenn ich wieder hieß nicht weiß oder kaserne ist nicht da im kasernen licht ist dann das geräne dann verwende ich mal meine anderen ich muss nein 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 ich habe jeden spiel soll er mit meinen ding an anfangen siegel verwerten wie sind misst ihr weg wenn wir sie im pool 5 weg damit hier brauche ich nicht vier unter meiner würde 20 dinger baust du dafür die lichtwacht haben wir auch schon ich habe es gewundert ist dann war ich habe standhafte kaserne standhafte serne genau wo ist die markierse sind dann auf dem weg dann bringt man sich nicht mehr wissen wo sie ist ich sehe sogar weg um zu klonen habe sich dem man ja finde hatte ich sag dir wir also winzig er meint sich hinterher gehört ich dachte er schon wieder heißt da ist weg und ruin der feste von gebiet ist in der mitte von der roten kacke da da steht sabi netz habe wo ich auf der karte bin ich sehe doch hier wisse standhafte kaserne müssen die dinger mal größer machen findet das spiel ist für junge leute nicht so alte wie wir ja wenn ich mir so gesagt dann ist das thema so anschauen irgendeines monsters entfesselt nach einer kurzen verziehung ein monster verursachen im verlauf von fünf sekunden zusätzlich 22 22 prozent ihres physischen schaden als verbrennungsschaden wir haben barrierebrecher haben ja auch aber wir müssen ja das heißt wir haben einen vorteil wir versuchen wir es wir verursachen mehr blitz habe ich aber nicht ich auch nicht 72 das ist ein ganz schöner sprung das bedeutet nur mehr erfahrungspunkte wohnen wenn die sterben hinterlassen die sonne einfach früh genug ein dann ist alles okay die meinen brandschaden und ich mache fehlgeschaden warte nur mit sich würden wenn dann mache ich euch alle platt ich bin ja vorsicht weil ich habe mich genau schaden alter ich gereiht ich habe nur ein tag ich habe nur noch die erste will haben wir geschafft weiter geht es mal stark die gegner sind jetzt können wir uns daran anpassen ich bin noch nicht ich möchte mich jetzt bei jedem schaden der heim was auch immer du bist helfen ich bin auch nicht und hätten da so viel aus oder den kaputt macht hat aber so pfg nimmt man darauf antiken schwer daran ziehen erreicht aber ich noch keine tränke ja ich betont glaube ich ich bin tot ich glaube nicht der ding ist auch fast kaputt glaube ich ja da läuft doch so ein geist der schon tot glaube ich ja nicht so er hat sich wieder mit der reportiert das ist da aber ich sehe nichts ich habe keinen bock auf die gescheitze dabei ist nicht wieder ich habe wieder neun tränke sehr gut das ding ist immer noch kaputt gemacht werden hat mich gerade angegriffen verboten der stadt wir müssen eigentlich nur die dinger da kaputt machen hinterhalte sterb 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 ich bin noch nicht wieder ich bin noch nicht einfach nur überall verwundbar gelesen der nächste ich bin noch nicht ich mache es mit klein ich habe doch viel mehr hat dinge das ding gehört auch an dann machen wir so die kleinen ja ich werde ich habe das gefühl wenn wir als angreifen dann kommen auch noch weg nach ich muss warten ich muss warten ich muss warten ich muss warten so alle boost aktiviert jetzt rein da war das macht aber ich muss warten da hat sich ein neuer hat ich habe ja gut hier oder so kann das sein ja wenn man glaube ich das ding schaden macht also ich bin noch nicht bereit nein ich brauche mein ding ja das ist auch noch ein bisschen war gerade einer er hat sich schon wieder ich bin noch nicht tränke 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 ich brauche tränke weg von mir als vielleicht hat mich darum gebracht wenn ich glaubt gift ich will eigentlich die angreifen aber ich wahrscheinlich gibt also ich habe ja nur einmal angebracht haben sie schon ich habe da nur einen trank vielleicht nicht damit dass ich gleich draufgehe nur tränke das ist ein verdammt was nein aber ich glaube ich betont aber ich habe einen neuen tränke da kann man ja vor irgendwie abjusen dann ich bin noch nicht für oder den kaputt unser letztes ich muss er wollte mich gerade angehalten der wurde von okay noch ein ding übrig irgendwie der letzte sein ja genau ich stößt immer in die dinger rein das ganze kata kata ja Oh, ja, mal, mal Okay, so let's ending in wir sind gegner weiter wenn ich meinen legendären knoten bekommen also die alle tot macht er den knoten irgendwann mit beserker mehr schaden weniger schaden und macht weniger schaden sehr gut das ist ein jetzt kommen sie von allen wir gehen wie der tränke aus das ding ist was kaputt ist mein golem ist wieder auferstanden martin ihre wurde getötet von der nero ich war zu wühlen habe ich ein herzinfarkt bekommen eine theorie sind ja keine ärzte also wenn man nicht sieht was irgendwie abgeht und einfach nur ich weiß ich werde auch nicht wird mich manchmal tötet das ist ein ding jetzt ein ende das regnet vorher meine tür wurde entriegelt das hat ja irgendwie betäuben ich bin noch nicht für die elite geht das ja aber nicht gegen bosse das muss echt schwer sein wenn der daniel so oft stirbt wir gehen immer hier trinken aus nach einer zeit ich bin jetzt kaum tränke na gut okay das stimmt nicht ganz ich benutze mehr als sonst ich habe nur fünf in der rechts glaube ich ich weiß nicht wie der bot hier ist er alter ich habe der wird uns fertig machen nach wird schon und das selbstbewusstsein hatte gesehen wie ich dachte gegeben habe okay wenn ich der rate geben kann kann ich leben geben ich bin auch nicht bereit 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 okay ich bin auch nicht bereit ich bin auch nicht bereit ich bin auch nicht bereit agonien punkt halten ich muss warten ich bin noch nicht entschuldige ich mal kurz während ich mein ding hier kurz abhol kritische treffer angst geschwindigkeit ob es das bringt ich bin auch nicht ja ich muss mal aber die dicken ich muss keine tränke mehr weg weg da geht in die stache rein voll von der nahe getrennt oder war für mich ich dachte ich würde erwischen ja damals zurück zum speichepunkt ja oder wieso kommen denn da kann immer mehr kommt da unendlich oder so hier kriegen wir nicht da kannst du mich wieder beleben ich bin nicht so weit im geschehen ist drin glaube ich habe ich habe gedacht ich krieg den einen gegner noch bevor er mich erwischt aber so war nicht genug schaden ja vorsichtig weil sich für die gegner sind der stand hier einfach nur hat gar nicht reagiert dass ich den angegriffen okay mit einem business sind wir schon jetzt wieder alle folge oder so habe sie zu aus das ist aber ein gegner gewesen da hat man alle kleinen gegner hier obwohl ich muss vielleicht auch auf die großen schadenswiderstand ja okay vielleicht nicht auch die großen land näher auch schadenswiderstand warum habt ihr alles schadenswiderstand mann selbst die schlange hat schadenswiderstand die schlange kleine schlange ich merke gerade aber noch mal den champion der kaputt vielleicht tut der reale hochwaffen jetzt eine lieder eine aura ich glaube da war es ich sehe da ist ein haufen ich bin noch nicht bereit dann war mich hat der richter ich war auf einmal betracht schon wieder ich muss auch lieber weg aber ich bin betäubt ich wollte wegrennen der hat mich betäubt den einkrieg ich erwarte ja komm macht dann einfach nicht das was und dann kann ich nichts mehr machen ich habe denn gar nicht wird nicht gut da wir nehmen immer mehr schaden weil ich habe noch elf wiederbelebungen also ja das ist aber nicht nur die wir werden wiederbeleben auf die ab desto mehr schaden nehmen wir eine rüstung dann weniger austell nördige tonne runter wenn wir uns wiederbeleben und selber wiederbeleben ja ja schon zweimal gemacht dann mache ich da beim nächsten mal wenn wir beide tot sind mit einer von uns tot ist kann man ja noch vielleicht reifen fehler die schwierigkeit stufe nach was passt wenn man nicht vorstellen was am ende und hier erwartet für eine scheiße ha 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 nicht ich muss machen was 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 irgendwas der hat den scheiß schild ich sehe das jetzt schon so ein vielleicht mal näher angeben ein basis an das ist das schwerste wege gemacht haben studie als wille glücker und dann schocken ja warum auch alle wo es aktiviert vor ihm drauf jetzt und einfach getränkt mit dem trank und erschrocken nein da war ein trank ist das verschwunden ich sehe meistens gleich weiter los ist im durchgang ich befehle einfach nur mein soldaten da er leuchtet nicht mal lange er gibt dir den schadenswiderstand an andere oder für den selbst erhält nicht besonders viel ich habe so gefühl dass für anderen man freuen habe ich auch so ein lilan erledigt der ziemlich schnell drauf gegangen also diese wir lernen ich glaube dahin ist leichter ende die frage für wen oder für die der fahrer eingetrunken da hat man ja noch ein schlüssel oder er hat sich gerade ein schlüssel eingesammelt jetzt schon wieder her wir sind noch mehr ich muss warten aber der ist ein taffer einfach nicht legendäres gedroppt wird er ja sondern verdammt da war der jahre er hat das ist ja das ist ja der tippe ja noch viel mehr ausgehalten werden wir müssen noch die und wenn wir die sehen die pferd ausgleichen zwei hatten schwerter level 10 erreicht jetzt so kollega es ist ein beteiligt und eingefroren wecken jetzt gefällt ganz so nicht öffnen ich muss mal so ein schlüssel gefunden habe ich ja und wie du hast aber weg ich habe jetzt schon davon getrunken mutter der mutter hey die können wir doch es gibt einfach einmal die platte auch gott er hat wehgetan aber nein macht schon wieder zu bellen ob ich bin noch nicht mein soldaten klub einfach kallauf die grau nein ich habe es auch gesehen in die fresse ich bin noch nicht läuft auch einfach denken aber denken was gezeichnet ehrlich ich bekomme noch lila in den ring danach die engste fremden warum sind die sachen als schwächer als weil ich habe da gibt es da nicht so genau 42 erfahrungspunkte zum reinpacken die löwen schon level 5 level 3 und hat auf level 4 hier bekommen siegel level 19 und 18 haben wir noch habe ich bekommen schwer standhafte kasse hat er bock gemacht ich war ja das war heftig hat blut so richtig zum pumpen gemacht irgendwie schon ja der endboss der wahl wie leichter ist der rest aber nichts mit was wir es nicht aufnehmen können bevor wir jetzt mein sohn ding reingehen sollten wir vielleicht noch so ein bisschen eigentlich paragon punkte oder irgendwie so ein paar dann wäre das einfach dann ja das auch wieder recht ob sie das spiel verlassen beinahe gemacht das war ich brauche ein snack das war heftig das war heftig